Ich war jetzt gerade unter dieser Lampe und in diesem Raum, wo ich mich dann wirklich mit Atem verbunden habe, mit Körper. Und da gab es so Licht, ich hatte die Augen geschlossen und es war einfach, ja, ich habe mich einfach auf diese Reise eingelassen. Also es blinkte und ich sah Farben, Muster, Formen und dann kam mein Körper ins Schwingen und da war auch Musik und ich konnte mich da total reingeben. Also man kann nichts falsch machen. Es ist einfach, ja, man darf sich wie in einen Prozess begeben. Ja, und dann hatten wir vorher noch eine Ressource installiert und das gab mir dann den Mut, noch tiefer in die Bewegungen zu gehen, mich da noch mehr reinzugeben. Und dann plötzlich kam der Moment, wo es darum ging, durchzugehen und dann habe ich echt geschrieben, wie ein Baby. Und ich konnte aber voll da reingehen und mich auf das wie konzentrieren einlassen. Und dann habe ich so in den Raum gegriffen und dann gab mir Jörg die Hand und dann konnte ich wieder runterfahren und mich beruhigen. Und dann kam so blitzartig eine Freude hoch. Ich musste nur, nur lachen. Also es war echt klasse, es war wunderschön. Und ich bin so erfüllt, weil ich überlebt habe, ich spüre das in jeder Zelle und ich bin einfach nur, nur glücklich. So viel Freude da habe ich. Ja, wie nicht glauben, es pulsiert alles noch in den Zellen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Das ist so stark, viel stärker als alles, was ich meine erlebt zu haben oder was war im Leben. Das ist jetzt so groß, meine Lebensfreude. So riesig, riesig groß. Ja.